Er schickt das Ding fort. Hat jemand dem Pferd eigentlich gesagt, dass wir so eine Art Flugzone haben? Dass die Luft nicht so bleibt? Ich habe es vorher gesehen, der hat schon mal eine kleine Maus gesetzt. Oh, das war knapp! Mein Gott, ey! Ich kriege es auch bunt, ey! Wahnsinn! Ja! Da oben kann ich nicht filmen. Also, hoch geht auch. Also, noch mal weiter weg. Flick-Stopp! Das sieht von allen anderen aus als Flick-Stopp! Ja! Das sieht aus! Das sieht aus! Ja! Ja! Das sieht aus! Das sieht jetzt schon einfach nicht reicht! Da wird uns kein Teil bescheunig! Ja! Ja! Der Rätfaktor in den Oberösengericht, ein Fabian. Da war das gute Ende. Vielen Dank Gott! Vielen Dank.